Robinson, 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 Robinson X-Co Walking, X-Co Shaping, was das genau ist und wie es gemacht wird, das möchte er euch zeigen. Fachleiter Group Fitness, der Marc. Robinson, 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 Robinson Entspannen können sich unsere Gäste in unserem Feel-Good-Bereich. Für die richtige Wohlfühlatmosphäre sorgen ausgebildete Masseure, Physiotherapeuten und Kosmetikerinnen. Wir haben bei Robinson ein sehr sportliches, orientiertes Gästepublikum. Das sieht mit sich, dass wir sehr viele Schulungen haben in unserem Bereich, unter anderem X-Co Shaping, X-Co Walking, Indoor Cycling und unsere Hot-Iron Schulung nächsten Monat. Neben unserer Hauptbeschäftigung als Fitnesstrainer übernehmen wir auch andere Aufgaben im Club. Wir unterstützen zum Beispiel den F&B-Bereich, indem wir beim Kochen helfen. Und was mir persönlich total viel Spaß macht, ist die Teilnahme an den Abendschotens.